Drei tote Frauen in Terran, zwei in Tripolis, Lübien. Oder nach dem gleichen Muster abgeschlachtet. Ihre Nachbarin war die Nummer 8. Die Kollegen haben gesagt, sie haben was gesehen. Er hat mich gesehen. Wie heißt sie? Eske. Sind sie Türkin? Österreicherin. Vorstrafen? Drogenbesitz, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir schicken jemanden, der ihnen zeigte, wie sie sich selber schützen können. Der Rania hat dich geliebt, Samir. Das Jugendamt wird entscheiden, was mit der Kleinen passiert. Wer kümmert sich jetzt? Widerstand gegen die Tore. Die Tore. Der Hörst der Bettkampion. Du bist vorbestraft wegen Drogen. Wirst wegen Kindesentführung gesucht und tauscht deinen Kollegen nach? Leute, du hast keine Chance mehr die Ader zu kriegen. Ist das Wurscht? Der Platz des Weibes ist unter dem Mann bei seinen Kindern. Ich bring dich um.